Dienstlaken ist für mich meine Heimat. Hier fühle ich mich wohl, hier bin ich immer wieder zurückgekehrt, egal wo ich war auf der Welt. Insbesondere Hiesfeld finde ich wunderbar. Man hält hier zusammen, man kennt sich. Wir sind noch ein Dorf, dörfliche Strukturen. Man arbeitet hier auch toll zusammen, mit der Feuerwehr zum Beispiel, der Mühlenverein, die Werbegemeinschaft. Alle ziehen an einem Strang und wenn man wirklich mal Hilfe braucht, dann bekommt man die auch.